Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight hier bei HBSQ Ja, es gibt neun Killern, Ledergesicht oder Lederface oder 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 Kannibale, ja stimmt, Kannibale, Leder-Tasche Leder-Tasche Weißt du, was ein heftiger Pitchmuff jetzt wäre? Ein heftiger was? Ne, das macht er nicht Also ich würde ihn einmal ausprobieren Einmal, das gibt's dir jetzt beide mal, hallo Ok Tobi, ist ja gut, ey, dann bin ich bereit, ey Tiltu im Feier So, alle klar, jetzt bin ich gespannt, es wird ganz furchtbar Ne, ich glaube, der wird mir auch nicht liegen Also ich kann mit dem einfach nicht Also Kentensegen allgemein liegen mir nicht so, weil bei dem anderen Killer habe ich auch meine Probleme gehabt Das war eher dein Liebling Was ist da denn los? Oh, guck mal Es ist natürlich die Frage, ist das jetzt gut oder schlecht, dass du mit einem Kannibalen nicht so gut bist? So gut umgehen kannst Also ich würde sagen Hä, warum habt ihr jetzt gelacht? Nur so Ja Ja, nur so Nein, sag das mal, ich verstehe, ich will das immer witzig Aber die leist nicht gegenseitig auf eigentlich, weil die haben so gebibbelt irgendwie Achso, ja dann wurde meins aufgelegt irgendwie, warum auch immer Ne, das habt ihr gar nicht gesehen, ach ich hab's gesehen, ja Ja, das haben wir gar nicht gelacht mehr Ich bin ja, ich bin ja der Killer Was steht denn der ganze Zeit, Tobi oder was? Mhm Aber ich lach Tobi in meinem Herzen Was ist mit dir los? Gar nichts Ja, gucken wir mal, ne, ich guck mal Gucken wir mal, was wir heute machen können hier Ich selbst mit einem Nanny Katzen heilen Oh man, oh man, oh man Ich entschuldige mich noch mal So, wunderschön dieser Typ Ach, ich komm jetzt Ja, das ist Fuchs nicht So, und jetzt? Erik, hast du da packen Wickelsen Ja, dankeschön Du hast 200, 300 Folgen lang gut gespielt jokes Jill הנ Was ist das für ein langweiliges Scheiß Was macht der denn? Irgendwann ist auch mal gut Das jetzt hab sie nicht erreicht Ich zieh' mir meine Rüstung und meine Maske runter und dann gehts los Wie siehst du da drunter aus? Das sag ich nicht. Ich bin Niki Lauder. Eben. Ich bin Niki Lauder. Ihr seid so gemein. Nein. Das war ja klar. Und jetzt ist der MicroStuttering. Fick dieses Spiel. Was? Wie mach ich denn was jetzt hier? Achso. Okay. Ii. Das darf doch nicht wahr sein. Also heute ist echt nicht mein Tag. Es ist gerade die Runde nach der vorgestrigen Folge. Und zwei Sekunden im Spiel wurde ich schon entdeckt. Ich bin der neue Tobi. Ich bin der neue Tobi. Ja, das ist hart. Das ist echt kacke, Tobi. Ich weiß. Ah, toll. Warte mal, ja? Hau ab. Wie mach ich das denn jetzt? Nein, Markus Stuttering, fick dieses Spiel. Was? Es friert einfach ein und ich bin tot. Oh, es ist doch zum Kotzen einfach. Okay, dann stimmt da aber eben. Boah, die BDs für mich echt gestorben. Es tut mir voll leid. Es ist so nervig, weil ich dauernd diese Stutterings habe in entscheidenden Momenten. Letzte Folge schon, diese Folge schon. Boah, ich bin gerade so genervt. Noch von letzter Folge, entschuldigung. Okay, ich häng dich trotzdem auf. Boah, ich bin echt kein DbD mehr. Bitte töte mich nicht. Nein, alles gut, du kannst ja nichts dafür. Der hasst dich aber trotzdem. Okay. Nein, ich hasse das Spiel. Damit kann ich leben. Ich hasse dieses verfickte Spiel. Okay. Was auch immer dieser Ausraster bringen soll. So. Ach, hampelt der bei dir auch am Ende? Ja, 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 wenn du halt loslässt, irgendwie, ne? Ja, der macht ja diesen komischen Tanz. Das ist so bescheuert. Äh, 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 äh. Der tanzt ja gar nicht. Kann ich die? Der tanzt nicht? Nee, der hat nicht getanzt. Mach nochmal die Kettensäge in voller Aktion. Also voll aufgeladen. Und jetzt lasse ich los, oder was? Oder wie? Genau, wenn er voll aufgeladen ist, einfach mal. Okay. Kein Tanz. Toll. Ja, und jetzt? Meinen auch nicht. Dann geh ich wieder, ne? Mach das. Oh, hi. Nee, scheiße, geh nicht. Pan. Ja? Das hab ich überhaupt nicht gesehen, Pan. Wo bist du hin? Scheiße. Äh, äh, äh. Äh, äh. Hä? 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 Panisch schon wieder durch die Kettensäge gegangen. Ich bin einfach durch die Kettensäge gelaufen. Was zur Hölle? Hab ich noch gesagt. Ich kriege mich nicht. Okay, jetzt. Jetzt, jetzt, jetzt hab ich die gekriegt. Äh, komm mal, komm mal klar. Es ist so, glaub ich, noch ein bisschen, wie immer, wenn ein neuer Killer da ist, ist natürlich alles gefixt. Äh, äh, ich bin der große Killer, guck meinen Arsch an. Ey, nix gegen meinen Kittel, Mann, hör auf. Ich bin netherfest. Wuuu. Wuuu. Ah, diese Massage, oh, ist das schön, ey. Ist das schön, Junge. Ach ja, ist toll, ne? Ist ganz toll, weißte? Ah, ich hab das Glückstück nicht mehr, ich hätte das nicht tun sollen. Naja, egal, was soll's. Dann hängen wir mal hier jetzt ab. Ich überlebe das. Ich bin mir sicher, durch mein Herz hier. Ich überlebe das auf jeden Fall. Ich raste aus, ich raste aus. Scheiße, ey. Stehenbleiben. Halt. Das geht so nicht. Klopfer. Ja, also, also, muss ich jetzt auch mal, muss ich jetzt auch mal MacBook sprechen hier, ne? So geht das jetzt nicht. Was, was war das denn jetzt? Hä? Hä? Kali, nein! Boah. Ähm. Kali, Arsch! Mal, ich darf nicht erst. Was passiert? Oh mein Gott! Er hat ihn, 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 er hat ihn getan. Ich bin zweimal, ich, ich geb das nur zweimal. Oh mein Gott! Was ist mit dem los? Hä, hast du gerade gesehen, wurdest du gerade in zwei Hälften geteilt, oder was? Ja, theoretisch, ne? Achso, ja, ich dachte, ich habe es nämlich, ich dachte gerade, das habe ich nämlich auch nicht gesehen. Ciao. Äh, das da merkst du. Äh, 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 äh. Hä, was machst du da, Tobi? Hm? Ich weiß, was du gemacht hast. Was denn? Ich weiß nicht, du hast Pan's Medi-Kit genommen. Das ist vielleicht richtig, Kevin. Wie los? Warum? Könnt ihr halt die Stimme einbauen, ey. Das ist die deutsche Synchro. Achso, der... Hörst du das nicht? Ja, ja, aber was... Ey, was macht der da? Ey, der ist doch voller Wegspasten, Alter. Tobi! Bitte gehen nicht. Bitte. Ich hab Gefühle. Nein, hast du nicht mehr. Nämst du Chewbacca oder was? Ich kann ihn leider nicht nachmachen. Ich würde gerne, aber es geht leider nicht. Ja, Tobi, genau, du kannst das. Du kannst das viel besser als. Hallo? 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 Ich sehe jemanden. Oh. Hä? Guck mal! Ja, innenwürdig, du bist auch! Guck mal! Ich bin nicht so! Bleib stehen! Hä, das ist dein Witz, also ganz ehrlich. Was war das denn gerade? Ich stehe da, hier hinter dir. Ich bin ja ab. Ey, warte mal. Ey, du hast da einen Fleck an der Jacke. Nee, nee, nee. Der muss so. Das ist modisch, Curry. Du hast da keine Ahnung von. Nein, das habe ich gerade auch versucht bei ihm. Das habe ich gerade bei dir versucht. Hey, Erik. Das ist nicht gut. Tut mir leid. Habst du schon am Haken? Entschuldigung. Ja, ja, ich bin tot. Oh, nice. Oh, dann sehe ich das auch mal. Nein, der scheiß Busch ist im Weg. Okay, ich höre auf. Nein, ich höre auf. Ich höre auf. Nein, ich höre. Dieser scheiß... Ja. Ich wollte aufhören. Ja. Ich wollte... Du hast mir wieder zwei geteilt. Ja. Ich habe mal ein bisschen was versehen, wenigstens. So. Was sind das über Geräusche? Und Tobi ist der letzte überlegen? Was ist denn hier los? Was macht der da? Der tanzt da rum. Alter, der macht voll... Das sieht so ein bisschen aus, als würde er gerade Eis laufen. Ja, ich weiß auch nicht. Der kann mich nicht töten. Nicht gut. Ja, das stimmt. Struggle daneben! Ne, da war's. Da hat wahrscheinlich wieder irgendwo einen Haken hier direkt über die Ecke. Ja, mit Sicherheit. Curry, challenge time! Challenge time! Senpai! Warte mal, ich kann auch imponieren. Warte mal, ich kann tanzen, Tobi. Warte mal, bleib mal stehen. Du darfst meinen Sinn nicht. Warte mal, ich kann auch. Warte mal, ich kann auch. Warte mal, ich kann auch. Entschuldigung. Oh, wisst ihr noch einmal die Arnold Schwarzenegger-Folge? Die war schön. Nein, 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 nein. Die war echt super. Die fand die auch super. Die Community fand das auch sehr toll. Die hat das sehr gefeiert. Ja, die Kommentare waren, waren... Wieso sollst du nicht noch kämpfen? Es ist sinnlos. Hm? Du hättest ja einen Flugversuch noch starten können, Tobi. Aus Prinzip vielleicht. Ging gar nicht? Ne, ging leider nicht. Das ist ja, das ist ja blöd. Ich weiß immer noch nicht, was das hier überhaupt sein soll mit den Spinnenbeinen. Ja, keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Endlich. Curry hat seine Rolle. Wer rennt? Wie der rennt? Blumen kaufen! Nööööööööööööööö? So. Ich mach mal zurück zur Lobby Ja, siehst du, genau das musst du Ja, ich konnte nur Lobby verlassen War ein bisschen strange So, und jetzt geht's weiter Wieder hier, Ausstattung Neues Glück Kann ich jetzt eigentlich hier Neues irgendwas Alter, geht die Wende fahrt Ich war zufrieden damit Lassen wir das vielleicht auch mal nutzen Vielleicht, das nur mitzuschleppen Aber das hat mir eh nichts gebracht Warte Was können wir denn hier nochmal nehmen Glaub ich Na, ich bleib dabei Barbecue und Chili wäre jetzt geil Ich wünsch dir, es wäre nicht nur ein Perk Oh ja Okay Käsekuchen Weißt du, was auch geil wäre jetzt? Was denn? Pommes Schranke mit einem Cheeseburger Boah, Tobi, Alter Hat jemand vorhin noch Pommes Döner gegessen? Eigentlich Kör... Ja! Pommes Döner ist auch geil Pommes Döner Pommes Döner ist geil ey Wie, wie, wie sieht der Pommes Döner bei dir aus? Also wie ist das? Also was, was ist das denn? Also ich kenne das regulär, ne? Aus Essen kenne ich das so, das war wie in so China-Boxen Ja, Ban, Ban, du meinst Bescheid ey! Und dann war da so Tatsiki und Tatsiki und Töner, Fleisch und Pommes Ja, 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 ja Boah, und Zwiebeln! Ja, wenn du das bestellst, hier kam das in so komischen, ich weiß nicht, in so Plastik-Dinger Ja, Entschuldigung Ja, bei mir aber auch Also es gibt hier einen Griechen, der macht das so in den China-Boxen und halt, äh, dann kann man auch wo bestellen, da kommt das in so Plastik-Dinger an, das ist auch nicht so geil, finde ich Ja, China-Boxen perfekt dafür Ja, in so Tupper-Boxen halt, in diese typischen Essen-Boxen halt Kriegst du in Kleve Tupper-Boxen dazu, wenn du bestellst? Nein, nicht so Tupper-Boxen, diese, diese Styropor-Dinger, Mann! Ach so! Ich dachte schon! Ich muss da Kleve ziehen! Styropor, das reicht doch durch, oder nicht? Meine Haare sind heute voll, du? Nein, nee, so anders halt, Mann! Das ist immer da, wo du so durchschneidest, wenn du was schneiden möchtest, du schneidest, wenn du was schneiden möchtest Ja, eben, genau, und dann, und dann läuft's durch Und dann geht's unten im Boden auf und alles Sift Ja, genau das, genau die meine ich, die Sift-Box Ich hasse die! Die Sift-Box Ich hab mal bitte eine Petition da Ich will lieber immer Papier, äh, gerummelt, äh, in Papier eingewickelt Eine schnitzsichere Essens-Box Ich will auch in Papier eingewickelt und gerummelt werden Nee, ähm, in London, da wir uns am Flughafen haben, äh, Melissa und ich uns was geholt Das waren so Nudeln, auch mit Soße und so, und das war tatsächlich in so einer, äh, äh, in so einer, ähm, verwertbaren Pappbox Ich kann's nicht beschreiben, in so einem, so irgendwas umweltfreundliches, keine Ahnung, war aber geil Voll geil! Voll geil! Voll geil! Es suppte nicht durch Das ist echt cool Äh, war voll geil Moin! Oh, ich hab so Hunger gerade, ohne nichts Hä? Hä? Wie? So schnell? Ahhhh Hä? Das ist einfach, das ist einfach ein Arbeiter, weißt du Der macht's einfach direkt los Nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken und ab geht's, Alter Richtig! Das darf Tobi machen Der Tobi macht das einfach, der Tobi macht das einfach super gut Ne, wenn ihr mal die Möglichkeit habt, probiert es mal Ja, Pommdöner ist so geil Ja, Pommdöner ist Wobei, die bisschen eklig wird, je länger du brauchst, wird die Pommes so richtig durchgesifftet Finde ich gar nicht mal, finde ich gar nicht mal Was? Ich find das voll lecker, wenn das so, so richtig geiler Mitschmach ist, ey Pommdöner spaltet die Nation auf jeden Fall Das ist so lecker einfach Pommdöner ist das Lakritz Tobi ist bestimmt auch so einer, der, wenn Kartoffeln und Spinat gibt, der den Spinat immer mit den Kartoffeln mischt Ja Obwohl, das würde ich auch machen Ja Oder mit Butter Du machst ja auch Butter und deiner Nutella drunter Ja, natürlich Das ist aber auch Tobi isst Pizza Hawaii Ist aber auch lecker Ist Geschmacksträger Nein Doch, Butter ist Geschmacksträger Ich ess die gerne Sprotten Das stimmt Boah, Sprotten sind aber geil Ja, find ich auch Die wäre nach der Zeit eklig, dann kann ich so viel davon essen, aber ich würde voll geil Versuch die ganze Zeit, der Erik dazu zu kriegen, das mal zu probieren Wobei ich das, wobei ich ein bisschen, ich werd, die Augen will ich irgendwie nie mit essen Nee, nee, das fülle ich auch ab Oh 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 Wo bist du? Nein, er ist weg Er ist weg Er ist weg Er ist weg, wo ist er? Ähm, ähm, wer bist du? Wie viel? Ähm Wer bist du? Bist du? Könntest du mal? Ah Okay, okay, verstehe Guck mal, schon wieder? Was ist das denn? Oh, das geht ja hier schnell Mann Ey, ganz ehrlich Ich hab heute kein Glück Ey, wenn die Keltensäge, wenn die Keltensäge dich erwischt hätte, dann wärst du jetzt ein Sandwich Mensch, Egon, bei dir ranken, es ist heute wieder Aufnahmetag, wa? Hildo und Irmgard, Himmel Curry, tschau Hä? Aber mit einem Schlag? Ja, das war der Nee, das war der Nee, einmal hatte ich dich schon getroffen gerade Ja, aufs Ego, okay Ganz, ganz kurz angehättet Ja, ist das kacke Heute ist echt nicht mein Tag Also überhaupt nicht Du hast aber heute schon einen krassen Aufnahmetag hinter dir, es sei dir verziehen Ja, siehst du mal Da haben wir die Erklärung Wenn man die Endaufnahme Wird man bräsig im Schädel Versuch mal, ich glaube, der hackt da hinten Ich glaube, der hackt Tobi, komm mal rum her Hey, was willst du denn von mir? Komm mal rum jetzt hier Ja, du geile Zuckerschnute, du Nein Wo bist du, Tobi, wo bist du? Kleiner, kleiner Drecksack, ey Du kleiner, kleiner Drecksack Komm, ich mach Sushi aus dir Was? Super Was? Sushi Richtig geiles Sushi Tobi, komm, oh, bist du, Alter Bist du, Mann Tobi, ey Komm, ey Tobi Tobi Ich kann nie jemanden halten, weil ich euch nie sehe Scheiße Tobi Tobi Ich sehe auch nichts Tobi, komm jetzt her Alter, mach der Maul Du kommst jetzt her, du Geile Zuckerschnute Ja, ich bin weg, ich bin Tobi Ciao Tobi Ich habe mein Bestes gegeben Tobi, was ist los? Für den HWS-Coup Tobi, du bist echt ein Wichser, ne? Dass du da oben gammelst Hörri, komm doch mal her Nein Tobi Your Lady Boah, hey, was war das denn? Ich wollte so einen Haken nach hinten machen Der macht den Turbo-Haken, ey Oh, Tobi Schöne Kuntas, ey Schöne Kunt, Tobi Der Typ am Grinsen ist Ja Ey, Tobi, komm Lass es Lass es jetzt Ach, häng mich doch nicht auf Häng mich auf Jawohl, da bleibste hängen, mein Freund Da bleibste hängen Wollen wir doch mal schauen, wo die anderen sind Lass mich hängen Oh, hi Das ist doch nicht wahr, ey Wieso siehst du mich dauernd denn überall? Egal, was ich mache Tobi Okay Hey Alle klar, dbd, fick dich Stopp, stopp Ah 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 Was ist das? Ah Was geht hier mit dir? Was geht hier mit dir? Hey Tobi, bist du tot? Achso Okay Hey du Kim Ich hab keine Lust mehr gegen Curry zu spielen Wir schaffen das Wir schaffen das Leute, wir schaffen das Scheiße, das sieht nicht gut aus Okay, gerade sind die Chancen echt begrenzt deswegen muss ich mal äh Ich weiß nicht mehr wo der Erik ist Den hier machen, es geht grad nicht anders Hey, was machst du? Achso Ich versuche zu entkommen, es geht grad nicht anders Okay Scheiße, so können wir bei Hä? Hä? Ich hab jetzt hier auch vor den Leck jetzt gerade Hä, was denn? Such die Luke, such die Luke Nein Doch, such die Luke Das hat hier keinen Sinn mehr Nein Ich bin jetzt seit tot Aber wo ist denn der Erik hin? Gibt's doch nicht Können wir einfach davon gekrochen sein Erik, warte auf mich Hä? Ist er aus dem Spiel geflogen? Nee, ich glaub der ist hier, oder? Hä? Hallo? Hallo? Ja, der macht nix mehr Ja, ist doch hier, der liegt da Ich glaub der Erik ist pisst Ist der raus? Der macht sowas nicht Der geht nicht einfach Ich glaub der ist raus Hä? Nee, so nicht Ach, schat Nee? Hä? Der muss jetzt ein Bug sein Ach, jetzt riecht er wieder Okay, weißt du was Erik? Komm mit Wir machen jetzt ne Tour Wir machen jetzt ne Tour Will ich zuf- Nein, warte, warte, hör auf, hör auf, vertrau mir Och maaaann Wie er einfach rumkämpft Ich will doch um Och ich sag grad ich hätt ne Armbanduhr an Wo willst du denn jetzt hin? Achso Hä? Hä, was machst du? Ich glaub er, ich glaub er hat echt diese Dinger Ah! Pfff, 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 pfff Wie geht er da rein jetzt? Jetzt geht er rein Erik baut sich seine eigene Lupe Jaaah Okay, ich guck nicht hin, komm Ach Aber ist er nicht mehr müß? Doch, doch, ich glaub der ist noch da Oder? Ich weiß nicht, wir hatten ja heute Wir hatten ja heute, wir hatten ja heute schon einmal das Problem, dass wir, dass Curry und ich rausgeflogen sind Ah, er ist aus dem Discord geflogen Nein, glaub ich nicht Glaub ich nicht Er hat den gleich, Curry wir hatten das gerade auch Glaub ich nicht Der dauer hat Alles scheiße heute Oh, ich hab fett gewonnen Oh man, ey Oh, ich hab fett gewonnen Ja Oh, schön Oh, scheiße, ey Schön Also ist er jetzt wirklich raus? Ja, warte Warte, ich bin gar nicht mehr in unserem Ding drin Ah, der kann ja eh nix schreiben hier Ja, 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 ja So, äh, ja Dann warten wir mal kurz Aber ich hab fett gewonnen Toll Weißt du, ich sag ich guck nicht hin und dann Er dachte bestimmt so, jetzt, jetzt ergreif ich meine Chance Ja jetzt auch so ist der, 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 der Rage quittet bei sowas nicht, das macht der nicht Schön Hi Hallo Wir haben ja so gelacht, ey Das ist so doof Was für ne Kacke ey, mit Discord heute Was ist denn los? Das ist so strange Ich, 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 ich weiß nicht Hast du auch dieses... Hast du auch dieses... Bist du wirklich rausgeflogen? Ja, ich hatte nur noch so ein Ausrufezeichen Da stand hier, äh, Serverrecht Ja, 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 das hatten wir auch Ach so, ja, das hatte ich auch Ja, ganz... Toll Weiß ich, ich nehm dich hoch Sag, Erik, hör auf zu zappeln Komm, wir gehen dahin jetzt Ja, und dann bist du die ganze Zeit liegen geblieben Und dann irgendwann bist du einfach weiter und kein... Und du warst, du warst genau auf der anderen Seite der Luke Wie bitte ist das bitte, ey? Ach so, das hab ich gar nicht gesehen Du warst genau auf der anderen Seite Ich hab nichts mehr, ich hab nichts mehr gesehen Und hab dann so geguckt auf den Discord-Server und bla Und dann... Ja, das war... Das war nicht so geil Also ich muss sagen Aber du hast gewonnen Ja, du hast gewonnen Also du hast als einziger überlebt, ne? Ja, ich war richtig fair und ehrlich Durch meine eigenen Skills hab ich grad gewonnen Geil Muss man einfach mal anerkennen Ne, war einfach nicht, muss ich sagen Heute ist einfach nicht mein Tag Oh, Mann Das war heute schon mehrere Stunden evil Wir sind zwei aufgenommen Ja, das... Das muss einfach zusammenhängen Das kann nicht anders Ich bin einfach am Ende meiner Kräfte heute Was haltet ihr davon, was haltet ihr davon Wenn wir jetzt einfach... Okay, wenn wir jetzt einfach eine Runde zusammenspielen gegen den Killer Ja Ja, find ich gut Oder Rocket League Boah, ich werd so vers... Ich würde so versagen heute bei Rocket League Ich trau mich, wenn nichts mehr... Lass uns lieber gemeinsamer spielen grade in dem Moment Ja, Rocket League Im Team Ja, das war heute bei Storz, wie es ausgegangen ist Hä, wir haben gewonnen? Egal Okay Ja, beim nächsten Mal echt voll gerne Ich hab wieder voll Bock auf Rocket League Ja, ich auch Ich will vorher üben Nicht mal Boah, Battlegrounds, hier ist sofort dabei Battlegrounds auch Ey, da wär's jetzt dabei, oder was? Was ist das denn für ne Logi? Ja, das... Dabei ist alles Ey, wie los du mit dem DVD Dabei ist alles Ja, siehste mal Ja... Deinstallieren Ja, sofort weg Ich brauche den Plattenplatz für... 80 Gigabyte für den Scheiß, ey... Ganz ehrlich Dann ziehst du für ne halben Gigabyte Ziehst du dann auch noch diese komische Maskenkiller Da war das... Von der Gegner 5 Euro, weißte? Da rauche ich lieber, habe ich mehr von Gesundheitlich auch, meine ich Wenn ich mich aufhören, habe ich schon mal blaue Haare Der Junge hält wenigstens länger, weißte? So... Nein... Keine Kippenkopf Kelly, kannst du den Ton mal bitte hochladen? Ich will den als Klingelton Den was? Ja, klar Der Polyphon, bitte Richtig Hey, ich bin die Pan Den Arsch Ich bin die Pan Iri Oh ne... Hase Ja, kannst du das aufnehmen für abends im Schlafzimmer bitte? Bitte was? 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 Genau, abends im Schlafzimmer Hey, ich bin die Pan Ja, genau das sag ich doch Ich bin die Comi Comi Geil Okay, gut Dann, äh Na tschüss, ne? Und äh Bis zur nächsten Folge Und dann mal gucken wir mal was da Und dann tschau Ja, wir schauen einfach mal Bock in League Tschüss Tschüss Ja tschüss jetzt, Mann Tobi geh doch jetzt endlich, ey Ja, verpiss dich doch, tschau Wo sind denn deine Chips, hä? Arschloch Ja, Wichser Gleich fängt Wrestling an bei uns Tschüss 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 Es rappelt den Karton Es rappelt den Karton Es rappelt den Karton Es rappelt den Karton Bis zum nächsten Mal.